Hallo und willkommen zu Hearthstone, The Curse of Naxxramas. In diesem Video werde ich die Grand-Vidow-Ferlina machen im HC-Modus. Viel Spaß. Das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts. Versuch mal zwei. Ich muss die Wildnis schützen. Hoffen wir mal auf Innerweight und irgendwas, was wir dann... Ja, Runde 2 Wildwuchs. Warte mal, Runde 2 Wildwuchs. Dann können wir in der dritten Runde genau... Das ist so gemein. Ach, scheiße. Was hab ich da gemacht? Meine Augen sind offen. Runde 4. Na dann... Und so. Boah. RNG oder was? Crazy Shit. Charge! Und? Die Verdammten stehen bereit. Das ist eine gute Frage. Spüren wir den als Sound oder... Das sind immerhin 10 Schaden, die er macht. Ähm... Ja. Zwei... Ich denke mal, wir werden den als Schaden spielen. Ja. So. Ähm... Das ist, denke ich mal, ein Fehler, aber... Nein! Falsch rum! Oh. Oh, fuck. Oh. Das ist eh vorbei. Scheiße. Danke, Thurn. GG. GG. LOL. Im zweiten? GG. GG. So. Damit hätten wir alle Heroisch fertig. Heroisch ist unwichtig. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Nöööö. Ich hab' ich schon besiegt. Oh. Yes. Oh, damit wär' Hero clear. Cheechecheche. Vielen Dank.